Hallöchen liebes YouTube-Universum und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Ben und Ed. Weiter geht's, ich hoffe ich hab's noch so ein bisschen drauf, es ist jetzt schon ein Weitchen her. Ich nehm grad unglaublich viel auf, es ist abartig Leute, es ist einfach nur abartig. Und wir haben wieder genau 0 Uhr, was bedeutet ich kann schon wieder nicht so rumkröbeln. Aber ich glaub das ist gar nicht so extrem schlimm, weil wir spielen Ben und Ed. Da muss ich nicht so rumschreien. Oh geil, das ist die Ding, die Mondschein-Sonate. Achso stimmt ja man, stay in the light, stay in the light. Woah. Boah. Autsch. Aha, okay. Okay, man muss tatsächlich im Licht stehen bleiben, aber ich geh gleich trotzdem nochmal aus dem Licht raus, weil ich die Dosen will. Aber ich hab sie. Gut. Da darf man wirklich keinen Meter, ähm... sich verhauen. Also, darf kein Meter aus dem Schatten, äh, aus dem Licht raus laufen. Das Problem ist, das Licht wechselt auch schön, die Richtung. Sehr gut. Checkpoint erreicht. Oh. Oh, lol. Ich lauf am besten so rüber. Nein, ich war aus dem Schatten raus, äh, aus dem Licht raus. Kacke. Wow. Nein. Ah. Okay. Sigurdos. Nein. 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 So, zack. Sehr, sehr gut. Nice. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. So. Okay. Okay. Ich glaub, arg... Oh Gott. Alles klar. Ich kapier's. Ich muss da einfach relativ... Oh Gott. Oh Gott. Nein. Ah. Hätte ich da auch rüber springen können? Was ist, wenn hier das Licht ausgeht? Geht nicht aus. Okay. Theoretisch kann ich mir dann easy Zeit lassen. So. 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 muss immer das springen alter die sie halt gar nichts ja das war schon mal falsch meine güte ich habe gleich eine mega gute idee oh gott ich probiere das im besten gleich mal aus lol shit oh gott okay das war eine sehr schlechte idee ich halte gleich ich drücke am besten shift mit shift läuft man langsamer das ist ja echt der oberschnitt normal läuft man mit shift immer schneller hmm ja 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 okay ich scheiße jetzt drauf geh einfach weiter okay jetzt müssen wir hier wieder im licht bleiben aber ich habe die die dosen noch bekommen oh nein oh kacke gut easy going huh 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 oh gott okay so wird das nichts hm 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 alter verwalter gut sieht sehr sehr gut aus boah alter hhm 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 alter diese scheiß wechsel dinge vom licht h ruins v hhm 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 hh hhm puah alter man erkennt es halt auch kaum aber man kann auch aussehen ja dann nehmen wir doch die hier ich glaube das wäre sogar am besten so den jetzt hier rüber dann den sehr sehr gut sehr sehr gut oh gott alter die levels werden immer länger alter gut ich komme fast nicht mehr hinterher ja das kannst du ja vergessen ich hasse es ich komme da einfach nicht mehr hinterher mit einem bein kannst du es echt schon vergessen gut irgendwo hier ist noch mal messer habe ich gesehen oder auch nicht doch da ist es ist eigentlich wenn ich jetzt das hier ich bin gar nicht arg weit gekommen ich war dauerhaft im licht auch nicht schlecht okay jetzt ist gerade echt unachtsamkeit was ich einfach mache ich darf das spiel einfach nicht um 12 uhr nacht spielen ich glaube ich weiß schon warum ich so das war aber jetzt auch echt glück und so nicht mehr nicht mehr nicht mehr 1 2 3 4 5 6 ich bin so dumm ok nochmal der strahl ist aber auch richtig klein ich sehe den also ich sehe wirklich der kegel ist und einen habe ich nicht gefunden aber das ist mir jetzt mal wurscht bonus level anlagt habe ich das hier schon ja da habe ich 15 von 18 16 von 19 back machen wir erstmal hier die laser show habe ich gerade irgendwie bock drauf ich habe noch genügend zeit ok ich kann theoretisch wie habe ich das noch mal gemacht ich weiß nicht mehr wie man körper zusammenführt so sehr sehr gut come on geh aus sehr sehr gut ok hätte ich nur die laser schon mal gelassen jetzt finde ich es irgendwie nicht mehr so geil wow alter ok nein es ist so blöd moment probieren wir mal ach verdammt schade hätte er funktionieren können oh der laser wird mir die scheiße hier noch weggegeben oh der laser wird mir die scheiße hier noch weggegeben ich glaube ich sollte eher ach nee das ist vielleicht doch keine so gute idee gut 1 woanders kann ich nicht mehr hin wirklich woanders kann ich indie da auch nicht mehr hin wirklich So. links oder rechts ich gehe mal links das ist ja schön also ich habe mich gerade natürlich geht doch rechts ich glaube ich weiß wo das ende ja sehr gut so kann man sie auch abräumen ok das habe ich jetzt aber echt geschickt gelöst eigentlich um ehrlich zu sein so das war jetzt easy gut 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 und gut ach könnte jetzt sogar machen ich weiß mal die bonus stage so perfekt Ah, da ist ein Schalter, gut. Alter, diese Steuerung, Leute, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wie ungenau die ist. Nein. Gut. Gut. Lol. Muss ich jetzt alles nochmal? Okay, ich muss jetzt wirklich alles nochmal machen. Ah, ist auch schon gedrückt. So. So. Na. So. Die Levels sind so abgespaced gemacht, Leute, das ist so krass. So. 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 Befreit mich von diesem Spiel. Gut. Okay. Die fallen alle so ziemlich runter, aber das ist... Oh. Das war genau das richtige Timing, um auf die Phrasen zu kriegen. Ich kann mich einfach nicht beherrschen. Ich kann einfach nicht langsam laufen. Ich bin so blöd. Meine Fresse, die scheiß Kisch, die geht mir auf den Pisser. Ich hätte gerne... Oh Gott. Ja, bitte mach so weiter, Sascha. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Das machst du sehr, sehr gut. Du bist einfach... Oh Gott. Ich kassier einfach so ekelhaft. Und das alleine von der... Fresse Kischte. Oh, da rieche ich mich auf, ganz ehrlich. Oh Gott. Hui, ui, ui. Hui, ui, ui. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. und ich muss halt echt noch mal von komplett vorne anfangen dorsey ist ein wenig nervig ich möchte doch gar nicht viel ich möchte einfach nur geliebt werden come on oh gott oh nein ist mein körper jetzt gerade wirklich zerplatzt ich kotze ins essen dort ist ein checkpoint oh gott bitte lass mich den checkpoint erreichen oh mein haar ich hab den checkpoint fast erreicht aber ist egal ich muss jetzt auch oft oh gott ich muss jetzt auf ja gar nichts mehr wirklich acht nehmen weil ich habe den gott ich habe den checkpoint erreicht checkpoint charlie gut oh Hier geht's los. Äh... Gut, jetzt haben wir hier mal ein Checkpoint. Mit dem können wir schon mal relativ viel anfangen tatsächlich. Sehr, sehr gut. Oh nein! Ah, kacke. Aber ich glaube, das war der richtige Weg. Ah! Ah! Dich nehme ich mir noch kurz. Ups. So. Gut. Ich glaube, jetzt kommen wir hier mal hoch. Würde das was ändern? Da spielt einer recht schnell. Oh Gott! Oh nein! Oh Gott! Oh Gott! Es ist fast ein Alptraum. Ähm... Oh nein, 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 nein! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich hab's überlebt. Okay. Hier. So. Ich hab's überlebt. Oh Gott! So. Okay. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Achso, mit E benutzt man. Oh, lol. Alles klar. Ein bisschen höher. Yeah. Gut. 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 15. Ich räume hier einfach alle. Mit Ding ab. Und mit meinem Kopf ab. Tut mir leid, wenn das der einfache Weg ist. Aber ich denke, es ist... Ja gut, ich hätte auch hier hochlaufen können. Aber was weiß ich denn schon? Gott. Gott im Himmel. Manchmal stelle ich mich echt schon heftig an. Aber bedenkt die Uhrzeit, Leute. Bedenkt, dass ich nicht der Jump'n'Run-Experte bin. Das müsst ihr alles bedenken. Ich predicte nur. Oh, what a nice. So. Kann man den runterschmeißen? Ja. Geiles Bonus-Level, by the way. Ich raste aus. Die Genauigkeit ist halt so abfuck. Ganz ehrlich, Leute. Ich weiß gar nicht, ob das jemals jemand so weit gespielt hat, wie ich das jetzt hab. Ich werde wahrscheinlich von den Entwicklern morgen früh angeschrieben. Und mit einem Dankeschreiben. Sie haben unser Spiel gespielt. Das ist so weit wie noch kein Mensch vorher. Zwei Dosen hab ich übersehen. Ist mir wurscht. Ist mir sowas von wurscht. Gut. Dann machen wir mal Slice and Fall. Da freue ich mich ja jetzt schon drauf. Da freue ich mich ja jetzt schon drauf. Da freue ich mich ja jetzt schon drauf. Da freue ich mich ja jetzt schon drauf.